UN-Agenda 2030. 17 Ziele der nachhaltigen Zerstörung, dass wir uns von diesen ganzen Entwicklungen nicht zu krass beeinflussen lassen sollten und nicht aufhören sollten, an das Gute und an das Richtige zu glauben, weil das ist auch eine Sache, die sie beabsichtigen, dass wir den Glauben daran verlieren, dass die Welt sich noch in eine gute Richtung bewegen kann. Beschäftigt man sich eingehender mit ihnen, kommt man immer wieder zu den gleichen Akteuren, die in Wahrheit nichts weniger wollen, als die volle Kontrolle über die Ressourcen unserer Erde, eine einzige zentrale Weltregierung und somit die Versklavung aller Völker. Ob Bill Gates, Jeff Bezos, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Viktor Orban oder Wladimir Putin, sie alle sind als Young Global Leader durch die Schule des WEF gegangen. Ich sage dir, die Sachen, die wir sehen, auch mit den Kriegen, die passieren und so und auch jetzt gerade der Konflikt, den wir gerade sehen mit USA und Russland, das sind alles Sachen, die auch für Verwirrung sorgen könnten. Gender Diversity und LGBTQ sollen alle künstlich geschaffenen Anomalien bis hin zu pädophilen Tendenzen normal werden lassen. Boah, da sind wir jetzt bei den ekligen Sachen nicht. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Auf meinem motherfucking YouTube-Channel habe ich früher immer gesagt, Digga, Leonovlog Highlights war der neue, egal, haben wir mal das alte Intro gemacht. Ich küsse euer Herz, ich hoffe, euch geht es zu Hause vor den Bildschirmen gut und zwar werden wir uns jetzt ein Video zu Gemüte führen, welches heißt UN Agenda 2030. 17 Ziele der nachhaltigen Zerstörung. Ja, wir müssen da reingehen, wir gehen da rein, auf jeden Fall, meine lieben Freunde, was ich nur sagen will am Anfang auf jeden Fall ist, dass wir uns von diesen ganzen Entwicklungen nicht zu krass beeinflussen lassen sollten und nicht aufhören sollten, an das Gute und an das Richtige zu glauben, weil das ist auch eine Sache, die sie beabsichtigen, dass wir den Glauben daran verlieren, dass die Welt sich noch in eine gute Richtung bewegen kann und ich sage es euch, es kann jeden Tag so sein. Und jeder Einzelne von uns hat die Macht, die richtige Entscheidung zu treffen und dafür zu sorgen, dass die Welt in eine richtigere und eine wichtigere und in eine bessere Richtung geht. Und deswegen lasst euch diese Macht nicht nehmen, seid nicht abgefuckt auf die Entwicklung und was alles passiert und so, nehmt die Sachen so hin, wie sie sind und versucht einfach euer Bestes zu tun. Ich küsse euer Herz und jetzt gehen wir rein ins Video. Die Agenda 2030, die 2015 auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York ausgerufen wurde, ist ein Weltzukunftstag, dem sich die nationalen Regierungen unterwerfen sollen. Diese Agenda umfasst 17 sogenannte Nachhaltigkeitsziele, die nur auf den ersten Blick gut aussehen. Beschäftigt man sich eingehender mit ihnen, kommt man immer wieder zu den gleichen Akteuren, die in Wahrheit nichts weniger wollen, als die volle Kontrolle über die Ressourcen unserer Erde, eine einzige zentrale Weltregierung und somit die Versklavung aller Völker. Einfluss in alle Lebensbereiche und Strukturen geltend zu machen, werden diese Ziele nicht nur von den Vereinten Nationen selbst vorangetrieben, sondern auch von den einflussreichen Partnern wie dem World Economic Forum und seinem Great Reset. Seit über 50 Jahren vernetzt das WEF die einflussreichsten Menschen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Gewerkschaften, NGOs, Kultur und Kirchen untereinander und bringt sie mit den reichsten Menschen der Welt zusammen. Zudem bildet... Musst du mal überlegen, ne? Wir haben uns ja mal ein Video reingezogen von Ernst Wolf, der mal das ganze Thema World Economic Forum so ein bisschen auseinandergenommen hat und wirklich die ganze Historie und Geschichte durchgegangen ist und so. Also wie heftig das ist, wie die die Leute zusammenbringen, ne? Politik, Medien, religiöse Leute, Motivationsspeaker und sowas, so wie Saatkuru und so, werden ja auch da eingeladen, weil die schön dann die Agenda auch bei den Leuten indoktrinieren können, die denken, dass der Typ ein spiritueller Mystiker ist, weißt du? Und wie die da wirklich alle mit an einen Tisch ranholen und dann da die Sachen beschließen, das ist crazy. Also WHO, nicht WHO, World Economic Forum, ganz krasse Geschichte auf jeden Fall. Seit mehr als 30 Jahren die kooperative und politische Elite der Welt aus. Ob Bill Gates, Jeff Bezos, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Viktor Orban oder Wladimir Putin. Putin. Sie alle sind als Young Global Leader durch die Schule des WEF gegangen. Und da sind alle mit dabei gewesen, weißt du, Putin. Ich glaube sogar chinesische Leute, Regierungsleute von China und so. Also das, ich sage dir, die Sachen, die wir sehen, auch mit den Kriegen, die passieren und so, und auch jetzt gerade der Konflikt, den wir gerade sehen mit USA und Russland, das sind alles Sachen, die auch für Verwirrung sorgen könnten. Ich will nicht sagen, dass es so ist, aber wenn du teilweise dir guckst, so wer finanziell miteinander zusammenhängt und wer wirklich auch in diesem Forum alles drin sitzt und saß, dann denkst du dir so, es kann doch nicht sein, dass diese Länder eigentlich gegeneinander Krieg führen und so. Also was wirklich hinter den Kulissen passiert, wissen wir halt nicht. Wunder also, dass der Gründer des Forums, der deutsche Professor Klaus Schwab, als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Gegenwart gilt. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Ein 17-Punkte-Programm für die Weltherrschaft und Versklavung aller Völker. Punkt 1. Armut in all ihren Formen bekämpfen Ganze Völker und deren Wirtschaft werden gezielt vernichtet und von den Regierungen abhängig gemacht, um die Opfer in einen Mix aus digitalem Sozialismus und Kommunismus zu führen. Ziel Ist es, alle Vermögenswerte und Ressourcen zu zentralisieren, digital zu erfassen und nur noch unter bestimmten Bedingungen zu verteilen beziehungsweise zugänglich zu machen. Dafür aber müssen die Menschen bereit sein, sich dem digitalen, industriellen Komplex restlos zu unterwerfen. Punkt 2. Den Digga, wenn die Armut wieder so krass ist, wie sie mal war, auch in Deutschland zum Beispiel, es war ja mal so, dass dann Leib Brot über eine Million oder Milliarde Euro gekostet hat wegen der Hyperinflation. Und wenn sowas passiert und wir auf einmal uns Essen nicht mehr leisten können. Du hast ja schon gesehen bei Corona, wie die Leute Dinge mit sich machen lassen, körperliche Eingriffe, nur damit sie am sozialen Leben teilnehmen können. Nimm denen mal noch Essen, Brot, Milch und diese ganzen Sachen zum Überleben weg. Dann sagen die digital, industriell finanzieller Komplex oder wie die auch immer heißen, so, mach was ihr wollt. Chip rein, CBDC, passt alles. Alles gut, soziales Punktensystem. So, gib mir nur Klopapier und genug zu essen. Ich schätze die Soulmate, Alter, da hast du mich gerade dran erinnert, safe. Beenden, Ernährungssicherheit und eine verbesserte Ernährung erreichen, sowie eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Die Landwirtschaft soll zerstört werden. Da die Bauern von Subventionen abhängig gemacht wurden, haben die Globalisten nun ein leichtes Spiel. Es werden immer neue Anforderungen geschaffen, die die Landwirte nicht erfüllen können, sodass ihnen keinerlei Möglichkeiten bleiben, ihren Betrieb zu bewirtschaften. So verschwinden immer mehr Betriebe. Ziel ist es, dass der ganze Agrarsektor eines Landes von riesigen, internationalen Konzernen und Investoren übernommen werden kann. Sie könnten zu Gentechnik und anderen schädlichen Methoden greifen oder nur noch minderwertige Nahrung produzieren oder aber das Land einfach brach liegen lassen, um eine Nahrungsmittelknappheit zu schaffen. Wer die Hoheit über die Nahrungsmittel hat, kontrolliert die Menschheit. Punkt. Krank, ich weiß dir. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Das haben die doch in Afrika auch schon durchgezogen. Und in anderen, so Indien und so Nestle und so, kommt mir gerade auch in den Kopf, wie die dann wirklich so Quellen aus Dörfern einfach gekauft haben. Dann das Wasser, was die Leute eigentlich for free bekommen haben, in Plastikflaschen abgefüllt haben und denen dann für Geld verkauft haben. Und so, weißt du? Das ist einfach, das findet ja im Kleinen schon auf der ganzen Welt statt, aber wenn das wirklich so übergreifend auf der ganzen Welt passiert, das wäre halt crazy. Ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Im Mittelpunkt stehen die Digitalisierung und Zentralisierung aller medizinischer Standards durch die WHO. Da sind wir ja. Die haben ja auch schon jetzt diese, war ja diese Abstimmung im Bundestag, dass die WHO quasi entscheiden darf, wann eine Pandemie ist, wie die Pandemie aussieht, welche Maßnahmen damit einhergehen, Kontaktbeschränkungen, Lockdowns etc., dass es nur noch von der WHO entschieden kann, dass es zentralisiert wird. Und das geht ja schon genau in diese Richtung, diese zentralen Entscheidungen für die ganze Welt zu treffen. Health Organization kann der ganzen Welt unter Androhung von Strafgeldern und Sanktionen medizinische Maßnahmen anordnen. Dazu wird die Verantwortung über medizinische Maßnahmen aller Art den nationalen Regierungen entzogen. Die WHO wird über den sogenannten Pandemievertrag weltweit entschieden. Wann und wo welche Zwangsmaßnahmen wie Masken, Impfungen, Tests, Lockdowns und Quarantäne angeordnet werden. Zudem sollen alle Gesundheitsdaten in einer internationalen Datenbank gespeichert und mit der digitalen Identität aller Bürger verknüpft werden. Die Gesundheitsindustrie soll weltweit gleichgeschaltet werden. Das ist auch eine Sache, die schon teilweise auch passiert ist, mit dieser Corona-Warn-App und so. Und wenn du bei Apple ein Update gemacht hast, dann hast du ja automatisch diese Tracking-Funktionen irgendwie mit drin gehabt. Das ist ja teilweise auch schon mit den QR-Codes und so. Dass deine Daten, die spionieren uns ja mit dem Handy sowieso schon aus. Beziehungsweise du hast ja sowieso schon alles hier drin. Alles, was du googelst, alles, was du bestellst, überall, wo du bezahlst mit Handy, was ja ganz viele Leute schon tun. Also es geht ja schon immer mehr in diese Richtung. Das findet eigentlich auch schon lange statt, diese ganze Scheiße. Alle von der WHO abweichenden Meinungen und Forschungsergebnisse in der Medizin werden systematisch unterdrückt, verfolgt und kriminalisiert. Naturheilkundliche Verfahren sollen aus dem Gesundheitssektorverband und durch Bildungsangebote, Produkte und Dienstleistungen der Pharma- und Chemieindustrie ersetzt werden. Oh Mann. Oh Mann. Punkt 4 Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern. Globale Gleichschaltung der Bildungssysteme und Vereinheitlichung der Propaganda, um überall die gleiche tiefen Indoktrination der Kinder und Jugendlichen gewährleisten zu können. Dazu soll es eine gemeinsame Kernerziehung, Common Core Education, geben. Also eine Vorschrift mit verpflichtenden ideologischen Inhalten, die allen Menschen programmiert werden sollen. Dies führt zu einer totalitären Umerziehung im Sinne der Eliten, in denen es keinerlei kulturell bedingten Werte mehr geben soll. Gender-Ideologien wie LGBTQ Das findet, ich wollte gerade sagen, das findet ja alles schon statt, ne? Klimaterrorismus sowie vermeintliche Gesundheit durch die Einnahme von Pharmachemikalien. Allein das Schulsystem an sich so, wie du da hinkommst und dann da in der Bank sitzt und deine Schnauze halten musst und die ganze Zeit auf jemanden hören musst, der dir sagt, was du wann denken, reden, machen und tun darfst. Individuelle Talente werden nicht gefördert, du wirst nur darauf vorbereitet, eine Nummer irgendwann in der Industrie zu sein. Wie man selbstständig ist, wie man in seinem Bewusstsein, wie man seinen Traum findet, seinen Traum lebt. Diese ganzen Dinge werden dir ja nicht beigebracht. Wie man selbstständig auch da mit Steuern umgeht und solche Geschichten, das ist ja auch schon bewusst so. Dazu genutzt werden, Menschen effektiver zu spalten und sie unter dem Deckmantel einer neuen Weltregierung, eines Weltgerichts, einer Weltpolizei. Gamer sagt in USA und wird wenigstens Sporttalent gefördert wie Basketball. Ja, safe. Wenigstens das, das dachte ich mir damals auch immer so, dass man da sportlich wenigstens gefördert wird und dann auch einen Traum daraus machen kann und sein Leben damit gestalten kann, wenn du dann wirklich ein guter Sportler bist. Einer Weltbank, einer Weltgesundheitsorganisation und einer digitalen Weltwährung kontrollieren und steuern zu können. Punkt 5. Durch Geschlechtergleichstellung alle Frauen und Mädchen zur Chancengleichheit und Selbstbestimmung befähigen, Gender Diversity und LGBTQ sollen alle künstlich geschaffenen Anomalien bis hin zu pädophilen Tendenzen normal werden lassen. Boah, da sind wir jetzt bei den ekligen Sachen, ich schwöre es dir. Nur die traditionelle Familie und damit eine Auflösung und Zersetzung der Völker zu erreichen, sondern auch, um für mehr Spaltung und zwischenmenschliche Konflikte zu sorgen. So können Frauen in der Lohnarbeit durch weltweit agierende Konzerne noch effektiver ausgebeutet werden, während die Kinder unterdessen in Ganztagseinrichtungen vom Staat erzogen und so noch viel früher ideologisch indoktriniert werden können. Das ist das, was die Leute auch verstehen müssen. Weißt du, was ich meine? Was da passiert so. Und wie viele Leute diese Agendas mitpushen, ohne zu wissen, dass sie diese Agendas eigentlich mitpushen. Ich will den ganzen Feministen uns so gar nicht vorwerfen, dass die was Böses im Hinterkopf haben und genau wissen, worauf das hinauslaufen soll. Aber wenn du dir so ein Video zum Beispiel reinziehst und dir das anhörst, dann macht das ja natürlich auch Sinn. Und das ist das, wo ich sage, wir müssen ein größeres Bewusstsein für diese ganzen Dinge bekommen, weil wir dürfen da nicht mitmachen. Wir dürfen da nicht mitmachen. Und ich sage dir, wir sind gerade mittendrin. Und jeder Einzelne von uns hat eine Macht, sich dagegen zu stellen. Durch die Zerstörung der familiären Bindung soll der digitale Staat in den Mittelpunkt rücken, der unter bestimmten Bedingungen Nahrung und Wohnraum bereitstellt und somit die Rolle der Familie ersetzt. Die Wasserressourcen sollen zentralistisch verwaltet werden. Staaten werden dazu gedrängt, ihre Wasserinfrastruktur zu privatisieren und sich in Abhängigkeit von Konzernen zu begeben, die das Wasser dann überteuert an die Menschen verkaufen können. Das ist auch immer krass, wie die Sachen eigentlich so positiv klingen, ne? Aber wenn man dann ins Thema reingeht, dann auf jeden Fall auch schon merkt, so okay, das kann auch sehr viele negative Sachen mit sich bringen. Das ist immer die Sache, weil die verpacken das natürlich immer so, als ob das perfekt ist. Das muss so sein, das soll so sein und uns wird es allen besser gehen. Leitungswasser, hat man auch die Gesundheit der Menschen vollends in Händen, denn Leitungswasser wird vielerorts bereits mit Chemikalien wie Fluorid angereichert. Dies könnte ausgeweitet werden, was zu vielen chronischen Krankheits- und Vergiftungssymptomen führen kann, die der Pharmaindustrie direkt in die Karten spielen, da sie so ihre symptomunterdrückenden Substanzen gewinnbringend vertreiben können. Da sie den künstlich geschaffenen Wassermangel, dem menschengemachten Klimawandel, zuschreiben werden, werden sie auch Maßnahmen ergreifen, den Wasserverbrauch insbesondere im sanitären Bereich auf ein Minimum zu reduzieren. So wird es auch möglich sein, herkömmliche Toiletten zu verbieten und durch Varianten zu ersetzen, die ohne Wasser betrieben werden können. So, Stichwort Nestle. Punkt 7. Zugang zu bezahlter, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern. Die oft unausgereiften sogenannten erneuerbaren Energien sollen aus ideologischen Gründen mit Steuergeld gefördert werden, wodurch die Strompreise ins Unermessliche steigen werden. Das haben wir doch auch jetzt schon. So werden die Menschen gezwungen, die Entwicklungen zu finanzieren, die sie immer weiter in Armut und somit in Abhängigkeit vom Staat treiben werden. Menschen werden gezwungen werden, die neuen Technologien zur Energiegewinnung zu verwenden und sie zu installieren. Da dies sehr teuer ist, werden die Menschen auf Kredite angewiesen sein und somit in die Abhängigkeit vom monopolistischen Finanzsystem geraten oder ihre Immobilien unterwehrt an eben jene globalistischen Strukturen ab. Free Angel sagt, Lindner hat schon gesagt, vier Tage Woche wird es nicht geben, es würde zu wenig gearbeitet in Deutschland. Ja, nee, ist klar. In Echtzeit analysiert, Bro. Und dann ruft einer an, beziehungsweise macht einfach Ding aus. Du hast zu viel Fernsehen geguckt. Dusche nicht so lange. Das ist nicht klimaneutral. Du machst unser Klima kaputt hier auf der Erde. Dusche ausgeschaltet. Und dazu hast du heute auch noch ein Video hochgeladen, wo du nur so tendenziös gegen Klaus Schwab geredet hast. Dafür darfst du morgen kein Auto fahren. Scheiße, so wird es laufen, man, Bro. Smart Meter, IoT-Thermometer und andere vernetzte Messgeräte soll es möglich gemacht werden, ganze Haushalte zu überwachen und zu sanktionieren, wenn die Regierung oder die künstliche Intelligenz es anordnet. So kann Energie rationiert oder aus der Ferne ganz eingestellt werden. Die Verknappung wird nicht nur zu gigantischen Profiten auf Seiten der Energiekonzerne führen, sondern die Menschen dauerhaft erpressbar und kontrollierbar machen. Wenn die Technologiekonzerne und Regierungen weiterhin ihre Macht und ihren Einfluss ausbauen, werden Blackouts und Rationierungen zum Alltag gehören. Punkt 8. Durch die Nebenwirkungen der Impfkampagnen werden Personalausfälle verursacht, reichere Länder werden auf Facharbeiter, solange diese überhaupt noch benötigt werden, aus dem Ausland zurückgreifen und damit die Arbeitsmigration vorantreiben. Das wird einen negativen Effekt auf die Herkunftsländer dieser Migranten haben, weil ihre Länder durch die fehlenden Fachkräfte geschwächt und sich selbst überlassen werden. Davon habe ich noch nie gehört. Also dass sie aus Ländern dann einfach die Fachkräfte rausholen, weil wir die hier brauchen bei uns in den westlichen Ländern und dass dann die Länder kaputt gehen, weil die keine Fachkräfte haben, so mäßig. Wenn die sogenannten Facharbeiter migriert ist und das Ursprungsland der Migranten zu zersetzen droht, wird die globale Elite mit der Plünderung und dem Ausverkauf der geschwächten Länder beginnen. Die Arbeitsmigration kann aber auch als Vorwand eingesetzt werden, um die Wirtschaft des Ziellandes zu zerstören. Dazu müssen nur genug unqualifizierte Arbeitnehmer importiert werden, um durch mangelnde Fachkompetenz einen möglichst hohen Schaden anzurichten. Weil entsprechende Qualitätsnormen oder Verfahren nicht beherrscht werden. Falls Unruhen provoziert werden sollen, reicht es aus, ein Land mit Arbeitsmigranten zu überfluten. Dies wird zu Konflikten zwischen den Einheimischen und den Migranten. Die in Bürgerkriegen münden und das Land destabilisieren. Der künstlich erzeugte Personalüberschuss wird von den Großkonzernen dazu ausgenutzt werden, um die Arbeitsbedingungen zu diktieren. So kann man die Menschen mit Billigung der Regierung noch effektiver ausbeuten. Freiheitliche Werte und die Würde des Menschen gehören dann der Vergangenheit an. Nachdem die Einheimischen klar... Freiheitliche Werte und die Würde des Menschen gehören dann der Vergangenheit an. Und genau das habe ich auch gemeint mit, wir bereiten uns langsam auf den Scheiß schon vor. Corona hat uns auch schon extrem darauf vorbereitet, dass wir unsere Würde beiseite legen, die Freiheit beiseite legen und einfach alles tun, was uns gesagt wird. Wir wollten ja unser Demonstrationsrecht sogar einschränken. Weißt du, was ich meine? Und da hat man halt auch gesehen, wie viele Leute einfach bereit sind, den Scheiß mitzuspielen. Und das hat die richtig gefreut, die Kollegen, die wir hier gerade sehen. Den Kollegen vor allen Dingen, den wir hier gerade sehen. Der hat sich gedacht, krass, Alter. Safe haben die sich gedacht. Bro, hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel mit denen durchziehen können und die machen mit. Bin ich mir sicher. Also ich glaube, die Erwartungen wurden übertroffen sogar. Und mittelständischen Betriebe systematisch kaputt gemacht und ein Großteil der Bevölkerung arbeitslos gemacht worden ist, kann den Opfern mit Leichtigkeit eine teils sozialistische und kommunistische Struktur aufgezwungen werden. Auf diese Weise können Wohnraum, Energie oder Nahrungsmittel vom Gehorsam oder dem CO2-Budget abhängig gemacht werden. Punkt 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. Die Völker sollen alle gleich gemacht werden. Dies wird eine Absenkung des Niveaus von höher entwickelten Staaten zur Folge haben, sodass alle Nationen in eine nie dagewesene Armut getrieben werden. Der Wohlstand der arbeitenden Bevölkerung wird durch schleichende Enteignung zerstört. Gleichzeitig steigen die Profite der globalen Herrschaftsklasse ins Unermessliche. Die gesamte Wirtschaft und alle Ressourcen werden zentralisiert und durch Einführung von Steuerungs- und Kontrollinstanzen wie die digitale Identität, CO2-Budget und digitale Währungen überwacht. Alle Behörden, Ämter, Polizei und Gerichte werden von einer künstlichen Intelligenz und digitalen automatisierten Prozessen übernommen. Nationalen Boah, Digga, stell dir vor, stell dir vor, die Polizei ist KI-gesteuert. Ja. Ich will mir sowas gar nicht vorstellen, so. Da gibt's auch kein Reden mehr oder so, da gibt's auch keine Diskussion mit einem Menschen, der da jetzt polizistmäßig vor dir steht und sagt, hier, Papiere bitte. So, sondern dann ist es eine KI. Und wenn du nicht richtig dich verhältst, dann geht's rund. Weißt du, wie ich meine? Und da hast du auch keine Chance gegen dir. Dann glaub mir das. Volkswirtschaften werden zugunsten Du brauchst den mexikanischen Pass, ich bin dran, mein Hütster. Safe. Automatisierung und Robotik treiben die Menschen in die Arbeitslosigkeit und somit in die Abhängigkeit von Regierungen und führen zur Abschaffung von Privateigentum und zu beschränkenden Nutzungs- und Besitzrechten in Abhängigkeit vom CO2-Budget und digitalen Währungen. Noch vorhandene Arbeitsplätze und die Schulen werden in die virtuelle Realität verlagert. Der Zugang zu physischen Gebäuden oder 15-Minuten-Zonen wird von digitalen Zutritts- und Identifikationssystemen abhängig gemacht. Der Wohnraum... Auch das eine Sache, also Corona hat echt schon viel vorbereitet. Sage ich dir so, wie es ist mit diesen QR-Codes irgendwo reinkommen und so. Das haben wir vorher noch nie so erlebt. Für mich war das schlimm. Für viele Leute haben das einfach so mitgemacht und sagten so, ja, ist halt jetzt so. Gehört dazu. Die haben das gar nicht hinterfragt. Die haben gesagt, ja, passt schon, muss so sein. Das Corona ist schlimm. Ich sehe nur noch Leichen auf den Straßen rumliegen und so. Natürlich muss ich jetzt QR-Codes kennen, QR-Codes kennen, damit ich irgendwo rein darf und so. Ich finde das so krank. Ich finde das so krank, was damals schon passiert ist so. Und mit der Ausgangssperre. Dann gehst du raus, nur kurz Kippen holen und fühlst dich wie so im wilden Westen. Kein Schwanz ist draußen, Polizeistreifen fährt rum, um zu kontrollieren, ob Menschen draußen sind und so. Digi. Flughafen, musst du das scannen, hier scannen, so das machen. Weißt du, was ich meine? Crazy. Wird in durchdigitalisierte und vollüberwachte modulare 15-Minuten-Städte und Gigacities nach chinesischem Vorbild verlagert, in denen sich Menschen aufgrund der Limitierung der CO2-Emissionen nicht mehr frei bewegen können, sodass eher von Freiluftgefängnissen als von einem Lebensraum gesprochen werden kann. Ich schwör's dir. Freiluftgefängnisse, dicker. 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. Ziel ist die Zersetzung jeder wirtschaftlichen und finanziellen Unabhängigkeit durch die Zerstörung von CO2-intensiven Wirtschaftszweigen, der Abschaffung des Bargeldes und der Beseitigung aller Strukturen, die nicht der Agenda des World Economic Forum und der UN entsprechen. Digga, das ist eine krasse Zusammenfassung des Videos, sage ich euch ganz genau so, wie das ist, ne? Hier wird wirklich alles angesprochen. Diese ganzen Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen und viele andere sich gerade beschäftigen, sind hier in einem Video komplett zusammengefasst. Ein individuelles Grundeinkommen mit entsprechenden Steuerungsinstanzen über CO2-Konten und digitale Währungen wird den Konsum, auch Stimme ist angenehm, direkt beeinflussen oder unterbinden können. Ethnien werden vermischt, um jede kulturelle und religiöse Individualität zu eliminieren. Dazu werden multikulturelle Partnerschaften gefördert. Das Forcieren von Kultur- und Religionsbedingten Konflikten führt zu Extremsituationen, die die Grundlage dafür schaffen, dass weitere Freiheiten seitens der Regierungsebene eingeschränkt werden. Das Bildungs-, Finanz- und Gesundheitssystem wird zentralisiert und gleichgeschaltet. Auch wird unter dem Deckmantel der Friedens- und Völkerverständigung eine Weltreligion und eine Weltkultur eingeführt. Das Niveau anzugleichen, wird wirtschaftlicher Wettbewerb kriminalisiert und Privateigentum verstaatlicht. Die Berechtigungen auf Ressourcen werden nach Vorgaben der neuen Weltregierung verteilt. Punkt 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Die durch Massen- und Arbeitsmigration gezielt geschaffenen und provozierten Konflikte werden nicht nur die Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen Konkurrenzkampf anheizen, sondern auch die Kriminalität auf ein nie dagewesenes Maß steigern. Bürgerproteste und bürgerkriegsähnliche Zustände werden als Fundament dienen, die Menschen weiter in ihren Grundrechten und der Bewegungsfreiheit auf lokaler Ebene einzuschränken und sie in ihren 15-Minuten-Stätten wie in einer Haftanstalt gefangen zu halten. Bewegungsfreiheit wird es nicht mehr geben. Sie wird vom CO2-Budget abhängig gemacht und nur erlaubt. Bro, das ist einfach krank, wenn du dir das vorstellst, du hast ein CO2-Budget so. Je nachdem darfst du dann reisen, Freunde besuchen, keine Ahnung, Autofahren, whatever, duschen, heizen. Diese ganzen Geschichten sind dann abhängig von deinem CO2-Budget. Dann guckst du, fuck, ich hab nur noch 10% über. Jetzt muss ich meine Duschen innerhalb von, keine Ahnung, von einer Minute gestalten oder so. Bruf. Sich in bestimmten Stadt- oder Ortsteilen aufzuhalten, um das Klima zu schützen und die Sicherheit einer Zone zu gewährleisten. Ist wie ein Film. Städte und Siedlungen... Ist wie ein Film, Digga, sag ich euch ehrlich. ...zu 15 Minuten Gigastätten samt radikaler Digitalisierung und Überwachung umgewandelt. Die Bewohner werden rund um die Uhr in Echtzeit überwacht und bei Verstößen mit Bußgeldern, Einschränkungen des CO2-Budgets oder... Die haben ja auch ein gutes Vorbild schon. Also die haben ja auch schon Länder, wo das funktioniert. Und zwar China. Da ist es ja alles schon am Gange. Mit den ganzen Kameras überall und so. Und mit dem sozialen Punktesystem. Ein paar Prozent, ich weiß nicht wie viel Prozent, haben auch schon so eine digitale Zentralbankwährung auf dem Handy und so. Weißt du? Das geht ja schon ab. Und ich glaube sowieso, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass die nicht alle unter einer Decke stecken. Vor allen Dingen die Leute mit fett Geld auf der ganzen Welt. Egal ob China, USA, Russland. Dass die alle am selben Strang ziehen, mehr oder weniger. Die haben doch auch verstanden, dass es nichts bringt, wenn die gegeneinander kämpfen. Die Kämpfe, die die austragen, die wir auch sehen, könnten, ich sage bewusst könnten, weil ich weiß es natürlich nicht, aber könnten auch nur zur Ablenkung sein. Und hintendran werden diese ganzen Agendas durchgezogen, und zwar in allen Ländern. Da gibt es dann nicht mehr, wir mögen keine Russen oder Nicht-Russen. Egal. Hauptsache, wir können alle kontrollieren. Haft bestraft. Alle Geldleistungen werden ausschließlich in digitaler Form ausgegeben, aber nur an Menschen, die das neue System akzeptieren und ihr Verhalten der Agenda anpassen. Die Gewaltmonopole werden radikal ausgebaut und mit Sonderrechten ausgestattet, um bei Verstößen gegen die Agenda in jeden Lebensbereich eingreifen zu können. So kann jede regierungskritische Bürger ohne Gerichtsprozess und Anklage für unbegrenzte Zeit festgehalten oder sogar getötet werden. Brutale Terroranschläge und Polizeirazzien werden öffentlichkeitswirksam inszeniert, um Kritiker einzuschüchtern, mundtot und handlungsunfähig zu machen. Auch das ist ein Thema, was in der Corona-Zeit schon bewiesen wurde. Da haben sie zwei, drei Kandidaten, unter anderem mich, rausgesucht, denen die gebashed haben in allen Medien, von irgendwelchen scheiß kleinen Hip-Hop-Medien bis ins ZDF. Dass natürlich alle Leute, die mit mir zu tun hatten oder in meiner Szene stattgefunden haben, gesagt haben, nee, ich halte meine Schnauze. Das funktioniert ja jetzt schon. Bevor die Lage komplett eskaliert, werden die Menschen entwaffnet und die Waffengesetze so weit angepasst, dass die Opfer keine Chance haben werden, sich gegen die totalitäre Agenda zur Wehr zu setzen. Der Staat wird die neuen Enteignungsgesetze verabschieden, um willkürlich Eigentum beschlagnahmen zu können. Menschen werden in der ersten Enteignungsphase erpresst, Sanierungsarbeiten jeder Art an ihren Häusern durchzuführen, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn sie in den Forderungen der Behörden nicht nachkommen und sich weigern, wird in der zweiten Enteignungsphase das Verkaufen, Vermieten und Bewohnen dieser Wohnobjekte kriminalisiert und untersagt. Millionen Menschen werden ihre Häuser und Grundstücke verlieren, in Abhängigkeit vom Staat leben und keine Alternativen mehr zu den 15-Minuten-Städten finden. Punkt 12 Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen Es wird CO2-Budgets geben, welche sich am Sozialkreditpunktesystem des chinesischen Modells orientieren, bei denen jeder Mensch individuell für seinen Konsum oder sein Verhalten bestraft oder belohnt werden kann. Weltweit wird eine digitale Identität eingeführt. Diese wird als Grundlage für die Vergabe von digitalen Wallets, also sogenannten digitalen Brieftaschen benötigt. Zusätzlich werden im Verlauf der Agenda bereits nach der Geburt jedes Individuums implantierbare digitale Identitäten vergeben. Alle bisher ausgestellten Bro, diese, das ist wild. Digitale, implantierbare Identitäten. Ab in den Dschungel, meine lieben Freunde. Wer kann, soll fliehen. So weit wie möglich weg von den Leuten, die das umsetzen. So weit wie möglich von der westlichen Welt weg. Aber die Entwicklung wird weltweit kommen, hast du ja gehört. Also man kann sich nur davor beschützen, indem man so weit wie möglich davon weggeht. Aber überall wird es kommen. Auch hier in Mexiko wird es kommen. Aber ich glaube halt in Mexiko, Afrika etc. wird es halt nicht so schnell kommen und wird auch nicht so schnell funktionieren. Wie jetzt in Ländern wie Deutschland zum Beispiel. Du hast hier Leute so, das ist hier zwar auch sehr negativ, du hast hier einen Kartell. Du hast hier einen Kartell. Deswegen war auch bei Corona, die Regierung kann nicht immer hier alles entscheiden, einfach so. Weil hier sind auch noch andere Regierungen quasi, die offensichtlich Mafia sind. Meine Meinung nach sind alle Regierungen Mafia, aber hier hast du halt eine echte Mafia quasi. Und wenn die sagen, gibt es keinen Lockdown, gibt es keinen Lockdown. Weißt du, was ich meine so? Da kann auch der Präsident oder so, kann da nichts gegen machen. Natürlich können die kämpfen, aber das ist schon eine Riesenmacht, die dagegen kämpft dann. Weißt du, sowas hast du ja in Deutschland gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass es an so Orten, wo man sich angeblich nicht sicher fühlt, fühlt an diesen Orten, wo du dich angeblich nicht sicher fühlen solltest, wirst du am längsten frei sein können. Das habe ich bei Corona auch gemerkt. Deswegen bin ich auch in Mexiko. Dokumente wie Führerschein, Personalausweis, Reisepass, Geburtsurkunde, Grundbucheinträge, Patientenakten, Patente, die Steuernummer, werden als digitaler Datensatz für die digitale Identität zusammengeführt. Es wird eine globale digitale Smart Contract Instanz auf der Grundlage einer KI gelaufen, alle Ernährungs-, Nutzungs-, Gesundheits-, Bewegungs- und temporären Eigentumsrechte regelt. Wer etwas zeitweise besitzen oder nutzen darf und wie lange dies erfolgt. Vergabe von Mobilitätsrechten, bei denen festgelegt wird, ob und mit welchen Fahrzeugen und in welchem Radius sich der Mensch fortbewegen darf. Zudem wird geregelt, was er essen darf und welche Substanzen er sich spritzen lassen muss. Universal Monetary Unit Eine digitale Weltwährung auf der Grundlage einer Central Bank Digital Currency wird alleiniges Zahlungsmittel. Sie gewährleistet primär die uneingeschränkten Transaktionen zwischen Regierungen, Banken und Konzernen. Das Geldmittel der Besitzer des Grundeinkommens wird hingegen an Bedingungen geknüpft sein und abhängig vom Systemgehorsam stets neu angepasst werden. Die digitalen Zahlungsmittel werden ein Ablaufdatum erhalten und programmierbar sein. Jeder Mensch wird über Das ist ja auch das, was der Ernst Wolfe mal erzählt, ne? CO2-Punkte steuerbar sein und die Vereinigten Nationen werden darüber bestimmen können, wofür das digitale Geld ausgegeben werden darf. Die der UN untergeordneten Steuer- und Überwachungsinstanzen, Gesundheitsämter, Ärzte und Krankenhäuser und sonstige Institutionen werden in Echtzeit und teils automatisiert erhalten, um mit Verboten und Strafen in das Konsumverhalten aller Menschen eingreifen zu können. Die Vergabe von Impfungen, Medikamenten und anderen medizinischen Maßnahmen werden an die Wallet gebunden sein, sodass bei Bedarf automatisch belohnt und bestraft werden kann. Alle Fahrzeuge werden in Echtzeit überwacht. Bei Nichtbeachtung der für das Fahrzeug freigegebenen Zonen und Reichweiten werden die Fahrer in der ersten Phase vorgewarnt und bei... Stell dir vor, dein Auto sagt so... Ey, Bro, du musst aufhören zu fahren jetzt. CO2-Kontingent. Obacht. Mach jetzt da. Sonst kriegst du den Stromschlag. ...zuwieder Handlung mit der Stilllegung des Fahrzeugs bestraft. Alle Produkte und Dienstleistungen, sowie die Art zu legen... So viel Elektronik in unseren Fahrzeugen mittlerweile schon, dass das wahrscheinlich jetzt schon möglich wäre, aber es einfach noch nicht gemacht wird. ...bekommen einen CO2-Fußabdruck. Dieser wird digital ausgewertet und mit Punkten belohnt oder abgestraft, was sich ebenso auf das Grundeinkommen auswirken wird. Unternehmen werden darüber kontrollierbar, so dass ihnen die Herstellung bestimmter Produkte oder das Angebot bestimmter... Ja, aber da hat doch keiner Bock drauf. Bro, ich dachte auch, keiner hat Bock drauf, über Monate lang eingesperrt zu sein und sich irgendein Zeug reinzufetzen in den Oberarm, was angeblich vor irgendwas schützt, was gar nicht richtig da ist. Weißt du, wie ich meine? Die Leute haben es trotzdem gemacht. Oder nicht? ...Leistungen verboten wird, wenn diese gegen die Klimaziele verstoßen. Ich habe auch gedacht, Leute haben Bock auf Freiheit und lassen sich ihre Freiheit nicht so schnell nehmen. Aber ich habe das Gefühl teilweise gehabt, die Leute haben Bock gehabt, sich einschränken zu lassen und ihre Freiheit wegnehmen zu lassen. Die haben sogar dafür gekämpft. Das Wort Freiheit wurde negativ betrachtet in den letzten drei Jahren. Das war so negativ. Wer von Freiheit geredet hat, der war automatisch Querdenker und ein rechter Nazi, Verschwörungstheoretiker. Kommende Enteignung zu erleichtern, wird eine Registrier- und Nachweispflicht für Edelmetalle und Werte aller Art eingeführt. Menschen, die Gold und Silber besitzen und dieses nicht registriert haben, werden es nicht an offiziellen Stellen verkaufen dürfen, weil der Ankauf nur für registrierte Bestände legal sein wird. Die Enteignung von Grund und Boden, um beispielsweise Windkraftwerke, Solarfarmen oder andere regenerative Systeme aufzubauen, wird auf der Basis der Klimaziele problemlos ermöglicht. Menschen, die es sich nicht leisten können, ihre Häuser nach den neuesten Klimastandards umzubauen, werden diese nicht vermieten, verkaufen oder bewohnen dürfen. Bei Fett. Stell dir vor, du hast ein Haus gekauft, Fett irgendwie, hast da voll viel Geld reingesteckt und so und dann sagen die, du musst das jetzt klimatechnisch umbauen und wenn du das nicht tust, ist das quasi nichts mehr wert. Die Konzeption von rein nutzungsorientierten Gebäuden, in denen Menschen entweder schlafen, essen, arbeiten oder unterhalten werden, dient dazu, die Menschen weiter voneinander zu isolieren. Die Familie soll, soweit es nur geht, gespalten und voneinander getrennt werden, um den Einzelnen leichter kontrollieren zu können. Während die normalen Bürger enteignet und all ihrer Freiheiten beraubt werden, wird die Elite weiter uneingeschränkt herrschen und alle Annehmlichkeiten genießen können. Punkt 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Das ist halt bei vielen von den Punkten, die wir hier präsentiert bekommen, sind wir halt schon mittendrin, ne? So, also bei einigen Punkten, die er angesprochen hat, so habe ich direkt gemerkt, so okay krass, okay ja krass. Es geht schon tendiert schon in die Richtung rein, oder? Was sagt ihr Chat? Viele von den Punkten sind, glaube ich, sind wir mittendrin. Die pseudowissenschaftliche Religion eines angeblich menschengemachten Klimawandels aus dem Gleichgewicht zu bringen, wird die Atmosphäre gezielt mit toxischen Chemikalien kontaminiert. Unter dem Vorwand von Nahrungsmittelknappheit werden zunehmend Pestizide, Herbizide und Fungizide eingesetzt. Dafür werden natürliche Lebensmittel mit künstlichen Futtermitteln gleichgesetzt und die Kennzeichnung Der eine sagt, entinnert, da fühle ich. Pflicht für genmanipulierte Nahrung abgeschafft. Dies geschieht unter dem Deckmantel des Codex Alimentarius, der World Health Organization und der Food and Agriculture Organization. Pflanzliche Nahrung wird soweit modifiziert, dass die lebensnotwendigen Inhaltsstoffe nicht mehr enthalten sind und über Supplementierung extern zugeführt werden müssen, um die Abhängigkeit von der Pharmaindustrie weiter zu stärken. Es wird eine Zweiklassennahrung in abhängig... Bis 2030 ist nicht mehr lange, wir sind auf dem Weg dorthin, aber es wachen auch immer mehr Leute auf, Ausrufezeichen. Yes, das sehe ich ganz genauso. Und man darf, wie ich am Anfang auch vor dem Video gesagt habe, die Hoffnung und den Glauben in das Gute nicht verlieren. Weil ich sage, gute Intention, also wenn immer mehr Menschen in das Gute reinkommen, ins Bewusstsein reinkommen, die Dinge mitbekommen und bewusster werden, aufwachen und diese Intention ins Universum raussenden, dann kann das auch einen Einfluss darauf haben. Und ich glaube, dass wir alle, jeder Einzelne von uns, da auch gegen ankämpfen kann, indem er immer bewusster wird, Leute aufklärt, sich mit diesen Themen beschäftigt, versucht halt ein bisschen dagegen zu gehen, was gerade alles gemacht wird, sich dagegen auszusprechen und so. Und umso mehr Menschen aufwachen, umso mehr ist Potenzial da, dass die Entwicklung nicht so schnell vorangehen kann und vielleicht sogar irgendwann gestoppt wird. Und mit der Hilfe von Gott, von der Liebe, von dem Guten, können wir alles schaffen. So denke ich. ...vom CO2-Budget und der Konsumsteuerung über die digitale Währung geben. Psychoaktive Substanzen werden als Nahrung verarbeitet oder als Impfung verabreicht werden. Psychoaktive? Oh, shit. ...das Denken und Handeln der Menschen stärker beeinflussen und steuern zu können. Das ist MK-Ultra-Shit, bro. ...der Konsumsteuerung über die digitale Währung geben. Psychoaktive Substanzen werden als Nahrung verarbeitet oder als Impfung verabreicht werden, um das Denken und Handeln der Menschen stärker beeinflussen und steuern zu können. Heilpflanzen, die unsere Gesundheit fördern oder leiden von erkrankten Menschen lindern können und derzeit... ...der Sadeko sagt gerade... ...Leon, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob dieses ganze Vegan-Movement nicht auch von den Eliten gepusht wird? Also es ist auf jeden Fall so, dass das Thema immer größer wird und ich da auch meine Zweifel dran habe, warum das immer größer wird. Ich meine, wo ich die Entscheidung getroffen habe, zum Beispiel mich vegan zu ernähren damals und das so durchzuziehen, das ging erst mal, kam aus dem Fitness-Hintergrund, es hat so fitness-technische Hintergründe gehabt, warum ich das gemacht habe, gesundheitstechnische Hintergründe und dann habe ich mich immer mehr informiert auch, wie mit den Tieren umgegangen wird. Durch meine Steigerung des Bewusstseins, Meditation etc. habe ich immer mehr gemerkt, wie die Tiere auch genauso viel wert sind wie Menschen und wir alle hier zur Welt dazugehören und dass es wichtig ist, dass wir uns alle mit Respekt begegnen und uns auch so behandeln und auch die Tiere, eigentlich sollten wir die Tiere mehr beschützen, anstatt sie abzuschlachten und zu züchten und ja, so komische Sachen mit denen zu machen und ich glaube, das ist eine gute Intention und ich glaube, es ist auch wichtig, umso mehr du in die Spiritualität reingehst, dass du dich damit beschäftigst, weil ich glaube nämlich auch, dass du das Leid von den Tieren, was auf der Welt passiert, wenn du die Tiere konsumierst und isst, du dieses Leid auch mitkonsumierst und isst und das auch was mit dir, deiner Psyche, deinem Mindset, deiner Spiritualität und deinem Menschsein macht. Aus dem Hintergrund finde ich es richtig und wichtig, vegan zu sein. Ich finde es trotzdem auch komisch, dass mittlerweile immer mehr gepusht wird und vor allen Dingen machen auch diese ganzen Fleischkonzerne, diese Massentierhaltungsindustrien und so, die meisten veganen Ersatzprodukte sind von den gleichen Leuten, die auch Tiere abschlachten. Deswegen, das sollte man auch nicht supporten. Generell würde ich aber sagen, dass eine überwiegend pflanzliche Ernährung uns Menschen am besten tut. Muss man nicht komplett auf Fleisch verzichten, aber überwiegend pflanzlich ist, glaube ich, für uns Menschen am besten. Noch eine Konkurrenz zu den Produkten der Pharmaindustrie darstellen, werden verboten und deren Verwendung unter Strafe gestellt. Alle Nahrungsmittel, Energie, Wasser und Produkte des täglichen Lebens bis hin zur Mobilität erhalten einen CO2-Abdruck, der digital erfasst und der staatlich auferpressten digitalen Identität zugeordnet werden wird. Um die nicht erfüllbaren Klimaziele zu erreichen, wird der Individualverkehr abgeschafft und durch selbstfahrende autonome Fahrzeuge, die es nur bei entsprechendem CO2-Punktestand als Miet- oder Abo-Modell geben wird, ersetzt. Dies wird den Menschen als sicherer und umweltschonender angepriesen, dient aber nur der Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der totalen Kontrolle. Kritiker und oppositionelle Bewegungen, die nicht an den menschenverachtenden Klimawandel glauben oder die 17 Ziele der UN-Agenda 2030 in Frage stellen, werden verfolgt und zum Schweigen gebracht. Punkt 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. Die Gewässer und deren Ressourcen werden zentral erfasst und verwaltet, der Zugang nur ausgewählten Konzernen möglich sein. Der Schiffsverkehr und somit die private und gewerbliche Nutzung von Meeren, Binnenseen und Flüssen wird weiter eingeschränkt und nur unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen sein, die sich kleine Fischer in den seltensten Fällen leisten können. Die machen sich die ganze Natur zu eigen. Das ist so traurig, ja? Ich schwör's dir. Großkonzerne aber werden weiterhin fischen dürfen, weil sie über Subventionen das nötige Kapital erhalten, um neue Standards wie die Digitalisierung der Fangquoten oder das Umrüsten auf Elektroantrieb einzuhalten. Dies macht das Fischen unattraktiver, das Angebot wird reduziert und den wenigen großen Lizenznehmern werden ungeheure Gewinne beschert. Dies führt im Umkehrschluss zu noch größerer Armut in den Dritte-Weltländern und zu Völkerwanderungen, die auch die reicheren Länder wiederum destabilisieren werden. Zusätzlich wird die Übersäuerung der Meere mit Mitteln der Chemieindustrie verschlimmert, was zu unkalkulierbaren Folgen bis hin zum Fischsterben führen kann. Punkt 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegeneration beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. Alle Landflächen und Ressourcen werden digital erfasst, Umwelt- und Schutzzonen werden ausgeweitet, um die Menschen in die 15-Minuten-Städte zu treiben. Agrarnutzflächen werden zentral verweistet und kontrolliert, so dass jederzeit Nutzungsverbote ausgesprochen werden können, was es den Bauern unmöglich machen wird, Nahrungsmittel anzubauen. Damit werden künstliche Nahrungsmittelknappheiten ausgelöst. Gewerbetreibende werden entsprechende Lizenzen erwerben müssen. Die Nutzung von Naturflächen wie Wälder, Parks, Berge, Wiesen, Feucht- und Trockengebiete wird stärker reguliert und eingeschränkt oder nur mit einem bestimmten CO2-Guthaben erlaubt sein. Zur angeblichen Vermeidung von Dürren und Ausbreitung von Trockengebieten wird mit chemischen und technischen Mitteln in die natürlichen Abläufe und Prozesse dieser Erde eingegriffen. Dies wird die Biosphäre noch mehr zerstören, was eines der Ziele der Technokraten darstellt. Die Gewaltmonopole werden ausgeweitet, um den Völkern dieser Erde destruktive und künstliche Gesellschaftskonzepte mit Gewalt und Erpressung aufzuzwingen. Dies wird zu Flucht und Bürgerkriegen führen. Traditionen und jegliche Individualität der Völker werden unterbunden, damit eine einheitliche Weltgesellschaft entstehen kann. Historische Denkmäler und Kunstwerke werden aus der Öffentlichkeit verschwinden. Auch wird eine Weltreligion forciert, bei der die Menschen sich satanischen Praktiken unterwerfen sollen. Verpflichtende Vermischungen der Rassen werden durchgesetzt, um den Ethnien jede Individualität langfristig wegzuzüchten. Mischehen werden durch Punkte und höherem gesellschaftlichen... Klaus sagt, wenn man die Geschichte schaut, sieht man, dass die Allgemeinheit immer das Gegenteil von Vernunft getan hat. So ist es, Bro. Genau so ist es. Da sah doch dieses eine Bild, ich weiß nicht in welcher Doku oder bei welchem, was wir uns reingezogen haben, das so war, wo alle den Hitlergruß gemacht haben und der eine stand da und hat den Hitlergruß nicht gemacht. Er war damals verrückt, heute betrachtet war das ein Held. Weißt du, wie ich meine? Status belohnt. Der einzelne Mensch soll nicht mehr auf sein kulturelles Fundament zurückgreifen können. Um die Verwirrung zu maximieren, werden Roboter mit künstlicher Intelligenz sowie künstlich erschaffene Geschlechtervarianten gesellschaftlich gleichgestellt und gefördert. Unter dem Vorwand des Kindeswohls wird es den aufgeführten Organen ermöglicht, regierungskritischen Familien die Kinder leichter entziehen zu können. Punkt 17. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. Die Struktur hinter den Vereinigten Nationen ist die führende Instanz und hat alle Entscheidungs- und Ausführungskompetenzen inne. Die Nationalstaaten verschwinden, nachdem die unterwanderten Regierungen als Blitzableiter für das Volk und als Wegbereiter fungiert und dann ausgedient haben. Alle nationalen Gesetze und Gerichtsbarkeiten werden überflüssig, da es diese nur noch von der einen zentralen Struktur in Form von künstlicher Intelligenz geben wird. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Sie wollen uns in eine dystopische Zukunft führen, in der wir aller Freiheit entbehren werden. Nationale Strukturen, die eigentlich unserem Schutz dienen sollten, lehnen sich nicht gegen diese Agenda auf und stellen sich somit gegen die Völker. Dies ist auch kein Wunder, ist doch heute schon jede Regierung unterwandert und in maximaler Abhängigkeit von den globalistischen Strukturen, die auch das Geldsystem kontrollieren. Sie wollen, dass die Menschen die eigenen Freiheiten restlos aufgeben und durch Akzeptanz der neuen Weltordnung die eigene Zukunft zur Vernichtung freigeben. Es ist an uns, als gesamte Menschheit, dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und genau deswegen, was er jetzt gerade gesagt hat, ist es so wichtig, auch sich solche Videos reinzuziehen, darauf zu reagieren und dieses Wissen weiterhin zu verbreiten. Ich weiß, was du meinst, Andrew, auf jeden Fall. Und ich beschäftige mich am Tag außerhalb von dem Stream null mit solchen Geschichten, sondern nur mit Spiritualität. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine Aufgabe und ich weiß, dass ich mich genau mit diesen Themen auseinandersetzen soll und darauf reagieren soll, um das zu verbreiten, damit Menschen bewusster werden und klarer werden und Verständnis dafür gewinnen. Weil das ist auch ein Weg in die Spiritualität. Wenn du merkst, dass sie sich von überall verarschen und alles geplant und dass die für uns nicht das Beste wollen, wenn du aufwachst, gehst du automatisch eigentlich den Weg in diese Spiritualität. Weißt du? Zwar, bevor es zu spät ist. Ich fand das Video sehr, 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 sehr stark. Feier ich komplett auf jeden Fall. Wilde Geschichte. YouTube, ich küss euer Herz. Schreibt gerne eure Gedanken dazu unten in den Chat. In den Chat, wollte ich gerade sagen. In die Kommentare rein. War ein sehr starkes Video. Mich würde interessieren, was ihr zu den einzelnen Themen auch sagt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommt mal auf Twitch vorbei. Liebe geht raus. Gang. Mua. Peace. Bis schon.